Hallo, mein Name ist Axel Janssen, ich bin Vorstand im BFF und wir befinden uns im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Hier findet die Ausstellung Future Flash zurzeit statt. Das ist eine Kollektivausstellung der BFF-Fotografen und, was uns natürlich besonders freut, wir haben zwei neue Ehrenmitglieder. Das ist einmal die Esther Hase, eine deutsche, international renommierte Modefotografin und Anton Corbein, ein holländischer, international sehr renommierter Musik- und Portraitfotograf. Hallo Esther, ich gratuliere erstmal ganz herzlich zum Ehrenmitglied vom BFF und erzähle dich mal, eine Frage an dich. Wie fühlt es sich an, Ehrenmitglied beim BFF zu sein? In der Hall of Fame fühlt es sich doch wahnsinnig gut an, würde ich sagen. Also besser kann ich mich nicht fühlen. Okay, schon mal eine klasse Antwort. Und die nächste Frage wäre, was ist dein Lieblingsbild in dieser Ausstellung unten? Es sind ja eigentlich so relativ viele meiner Lieblingsbilder. Das sind zwei Fragen für dich. Wie fühlt es sich, dass es ein honorarierter Mitglied der BFF zu sein ist? Es hat nur fünf Minuten vorgelegt, also ich weiß es noch nicht. Aber ich fühle mich ein bisschen wie Croucher-Marx, die sagen, ich will nicht ein Mitglied der Mitgliedstaaten sein, die mich als Mitgliedstaaten will. Ich fühle mich nie als ein properer Fotografer, aber ich glaube, dass ich jetzt bin. Also danke dir. Okay, danke für die schöne Antwort. Es ist interessant. Und die nächste Frage wäre, welches ist dein Lieblingsbild in der Exhibition? Es ist schwierig für mich, aber ich weiß, dass ich sehr, sehr gefühlt von den Fotografen von Nelson Mandela. Okay, danke. Das ist alles. Vielen Dank, Anton. Vielen Dank.